Da stampft er doch da drinnen rum, oder? Ich höre ihn doch. Die Gegend im Auge behalten. Alter, Kürbisfrieg! Er hat tatsächlich einen Kürbiskopf auf, Alter. Hinter mir geht das Licht an. Nein! Die haben drei Stellen, wo die rein können. Boah, ich bin tot. So, naja, hoffentlich wird es noch mal eine gute Abschlussrunde. Ich hoffe, ja. Skupolake. Siehst du überhaupt schon was? Bitte? Siehst du überhaupt schon was? Nein. Was ist da bei dir immer los, Alter? Geht's. Ist so schlecht, ist dein Rechner nicht so? Dein Rechner nicht mehr der Beste. Oh, der ist 7,8 Jahre alt. Oh, echt? Ja. Aber er läuft jetzt einfach mal. Hm. Raufen. Da stampft er doch da drinnen rum, oder? Ich höre ihn doch. Tja. Wollen wir machen, oder nicht? Ja, scheiß drauf. So, wir haben ihn gefunden. Du kannst, willst du draußen bleiben? Und ich knall ihn hier mit Schrot ab. Aber ich habe ja bloß hier einen Schuss. Willst du ein bisschen die Gegend im Auge behalten? Alter, Kürbisfrieg! Er hat tatsächlich den Kürbiskopf auf, Alter. Ich lach mich kaputt. Oh, Kassel. Naja, äh, äh, äh. Jetzt schießt du den Fettsack über einen Haufen. Kassel, hast du schon geplündert? Na, Juhl, bevor sie uns erschießen, sollten wir vielleicht die Kassel nochmal... Mist, ich brenne. Scheiße, Balgen weggebrannt. Oder? Ja. Nee, Glück gehabt. Oh. Hinter mir geht das Licht an, Juhl. Nein! Oh, fuck, du musst die Leiter. Du musst die Leiter. Wo ist er? Ist er wieder unten? Oh! Mann, hä? Wieso verträgt er heute so viel? Oh, er hat gepäbt. Ich fahr wieder. Oh, im Wasser ausgegangen. Scheiße, ich brenne schon wieder. Nein! Oh! Scheiße! Scheiße, ich kann mich nicht löschen. Jetzt ist es natürlich ein Lebensbalken. Ah, warte. Gut. Wow. So, jetzt heißt es natürlich hier bewachen, Alter. Und das ist hier auch eine scheiß Stelle. Wir haben drei Stellen, wo die rein können. Boah, ich habe mich tot. Fuck. Der ist genau verdorben, ja. Der ist genau verdorben. Und das war. Alle. Sehr schön. Du bist der Max, Alter. Komm hoch mein. Du bist doch echt. Was denn? Ja, geil. Aber noch sind wir nicht draußen. Warte, ich muss mal gucken was der für Waffen hat. Okay, ich habe seine Waffen geklaut. Wo liegt der? Achso, du willst ihn plündern. Pass auf, jetzt kommen noch die anderen. Oh, 100 Dollar. Nice. Gut, ich passe hier hinten auf die zwei anderen Eingänge auf. Oh, drei sogar. Scheiße. Wenn sie leider hochkommen, das hören wir. Du dummesau. Hm, ja, aber nun Lichter da unten und stinkt. Da hat er noch, wie wollte er mich noch mit Licht befunzeln? Also, ich habe ihn ja nicht mal gesehen. Ich habe dann einfach bloß da hingeschossen, wo das Licht war. Und da hing der Typ dran. Oh, das ist wahrscheinlich sehr verblendet. Nee, das Ganze glaube ich nicht. Das war keine Fackel, das war bloß eine Lampe oder so. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020